Okidoki, ähm, ja, Level 13 würde ich mal sorgen, ne, von Dark Encounter. So, ok, aha, Schüsse und Rüstung, geht schon mal rum, da ist ne Kerze, na, war doch klar. Das ist auf der Karte, wow. Oh! Fuck! Ja, das war's bestimmt einmal. La S coole, die ich nicht insüge, sind sie nicht insüge. Schüsse und Schüsse und Schüsse. Doch, metro. oh nein hallo ich stand ich stehe doch direkt davor sowas von unprofessionell ja noch einer wo ich jetzt überhaupt sind welcher war es welcher das hier war von dem über benennen da Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eh? Das geht? Oh mein Gott! 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 Oh, Alter, was ist denn hier los? Ich bin gerade schon wieder dabei, die auch einen Trittungsschuh verlieren. Bzw. ich hab sie eigentlich schon verloren, das ist wie gehofft. Ah, okay, hab sie wieder. Ah, seht ihr, war doch gar nicht so falsch, ja. Siehste, war sogar alles richtig hier. Und ihr wolltet hier schon sagen, wo Cheater und so, ne? Ich hab's doch gehört, ja. Ich bin doch nicht für das hier. Du musst aber ganz schnell... Oh, Alter. Diese tiefe Dumpfen hier. Wow. Okay, das sieht geil aus. Oh, Alter, Hilfe. Oh, Gott, nein. Ich hab jetzt fast gehört, was ich nicht hören wollte. Alter! Boah. Erstmal, ich kann rauslocken. Boah. Oh, Gott. Hey. Hey. fuck Jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Boah, alter, hat war schon noch Fintarte Hold da, die war die Fähigethabep haha Haha! Was machst du denn da? Hast du nicht gesundhaft da? Wo denn? Sollen wir mal gucken, was hast du jetzt? Okay, nicht so interessantes. Also sowieso etwas, was ich noch nicht gebrauchen kann. Oh, da fliegt schon ein bisschen aus. Achso, hier darf ich auch noch gar nicht hin. Oh, hier ist er. Okay. Wow. Ach du Scheiße. Wo hast du denn hin, Junge? Es sind mehrere. Oh, jetzt hab ich erst mal wieder aufgeräumt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin selber Demon, ich bin erledigt. Ich bin sowieso gleich leer. Wo kommt denn die Post das her? Okay. Oh, leck mich doch. Ich geh jetzt mal weg. Tschau. Oh. Oh. Jetzt ist das jetzt mal weg. Ganz kurz. Jetzt will ich mal kurz Pause machen. Ich habe jetzt was. Ich habe die rote Karte. Wo kann ich mit der roten Karte hin? Achso, das ist nur für den Eingang. also ich kann auch die nirgendwo was wo ich hinlaufen kann jetzt erwarten wir in dem da Jawoll, gut, erstmal gucken wir, ob ich da umfunde. Aha, da habe ich schon mal eine blaue Karte, genau, wie ich gesagt habe. Oder flutet habe, keine Ahnung, ob ich gesagt habe. Frage, ob ich da umfinde. Oh, ach so, von hier. Was? Der ist ja. Blau! Wow. Was? Boah, das ist geil hier. Na gut, ich schaue mir erstmal doch das andere, weil die Lebenszeit hier von dem Ding ist mittlerweile aufgebraucht. Andererseits ist relativ langsam, wobei es geht. Boah, da warst du eine Durchschlagsbrache, äh, boah, ha, 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 ha. Ich habe gehört, das wird ein Spaß. Oh, Alter, ich komme überhaupt nicht drauf. Boah, schieee. Oh ja, das gefällt mir. Na gut, da hat ich hier abgelockt. Schade eigentlich. Boah, Alter, ist das krank. Äh. So, die Frage ist jetzt immer noch, was bringen jetzt die ganzen Räume hier eigentlich? Habe ich irgendwo irgendwas vergessen? Nein, ne? Eigentlich so weit nicht. Hm. Wow. Ne neue Karte bekommen habe ich auch nicht. Ach doch, hier. Wow. Die gelbe Karte, der verdammt ist. Äh, achso, halt. Gelb. Wofür ist denn gelb? Da hinten. Halt da. Äh, fast richtig. Oh, ist auch nochmal eine BFG. Interessant. Wenn ich also eine brauche, habe ich da eine. Oh, sehr schick. Gut, siehst du, wir müssen sowieso nicht unsere Augen aufhalten. Äh, nach Secrets. What the fuck? Alter, ich schlitter hier schon wieder. Ah, das ist gerade ein offizieller Weg? Ja, lol, das ist offiziell. Nice. Gefällt mir. Oh, ja, jetzt allgemein. Hä? Okay. Sah gerade so aus wie ein Grafikfehler, das hier mit der Texte irgendwie. Gut, mehr gibt es hier aber nicht. Ach, da unten muss ich hin. Äh, achso, ja, siehst du? Genau, kann ich ja gleich die Wicke nutzen, ja. Ah, Rüstung. So, und jetzt. Achso, siehst du, war es sogar zu zig. Da hinten ist gelb. Muss ich hier lang. Und jetzt, äh... Ach, das Viech, wo wir von abgeschossen haben. Interessant. Hier ist eine gelbe Tür. Wow. Oh mein Gott, Ness. Äh, gut. Wow. Er lebt noch. Ich hab noch einmal sterben, wie du sollst. Dieser Grafikfehler. Komm mal hier durch. Der ist ein Schalter. Ah, okay. Boah, gut. Das ist auch wieder ein Schalter. Ja, ich weiß nicht, was das zu eurem Vergnügen. Interessiert mich nicht, wo wir es hier hin. Ja, und so. Verstehe ich nicht. Exit. Ach, so, ist es Exit. Ha. War ja schon bei der Hand. Gut. Ich hab noch mal Feuer, ob wir jetzt alles Secret haben. Wir haben gerade mal ein Secret. Hä? Ich hab noch kein einziges Secret aufgesammelt. Wollte mich verarschen. Und wir haben auch noch nicht alle Gegner. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Hä? Das hier hatten wir doch bereits. Ach ja, ich hab ja... Ich hab ja... Ich muss ja haflich da neu geladen. So, dann gucken wir mal... ...uns ein bisschen um. Irgendwo soll es denn ein paar Secrets geben. Ach, da hinten? Oh Gott. Ja, komm jetzt. Oh Gott. Deck mich doch. Genau, hier waren wir bereits. Oh. Da gibt's wieder zu... Wow, 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 wow. Weißt du was? Komm her. Alter, da kann ich hoch springen, ey. Das ist ja... ...ängstigend. Da hinten ist noch was. Wow, wow. Alter. Hä? Ist ja süß. Äh, ist ja süß. Das ist aber kein Secret. Schade, eigentlich. Da endet noch was. Oh. Dankeschön. Ach ja, wir sind doch jetzt überall voll. Mehr als 500 geht ja jemals gar nicht. Lame. Langweilig. Wir packen. Ah. Ah. So, und dann soll da hinten noch irgendwo ein Secret sein. Ja, guck mal da. Ah. Interessant. Alter, wir sind jetzt überall Secrets versteckt. Da will ja keine Sau drauf kommen. Gut, sonst wird aber immer noch ein Secret. Quasi das Victoria's Secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, wir sollten eigentlich alle haben. Ach, es sind noch zwei Gegner. Er leckt mich doch. Dann müssen wir ja wieder ins Haus. Wo könnten die sein? Äh, hier vielleicht? Einmal mal ein bisschen alles abklappern hier. Hm, nee. Keine Chance. Gut, jetzt gehen wir mal nochmal raus. Wenn wir hier irgendwas übersehen, hier waren wir drin. Genau. Dann kommen wir hier rein. Wo, wo, wo. Nein. Da waren wir auch schon drin. Fuck. Ja, hier waren wir auch schon drin. Oh, das Mappack. Da waren wir noch nicht drin. Hier ist aber auch keiner. Wo sollen ja hier noch zwei Gegner sein? Hä, ich dachte zwei. Lol. Okay. Mit dem Dreifachsprung hat echt Spaß. Vor allem mit dem Extremhochsprung. Also. Also. Jetzt seht ihr das. Perfekt. Oha. Wie sieht das denn aus? Wie sieht es aus, wenn ich unsere alten Rennen-Fansetzung wäre. Katode wird abgestrahlt. Bitte warten. Na gut. Tschüss mal morgen. Tschau mit V.